Was soll ich sagen jetzt? Wir haben eine der besten Mannschaften in Europa geschlagen. Slowenien ist für mich Top-Favorit für eine Medaille. Aber ich will nur über meine Mannschaft reden, weil die haben so gut gespielt. Die haben so gut gekämpft, dass viele das nicht geglaubt haben. Auch nicht unsere Fans in Russland, die in den Zahnreich auch Glückwünsche und SMS zu Mannschaft geschickt in der Kabine. Ein überragender Kampf, über 60 Minuten und praktisch, wir haben deutlich gegen Slowenien gewonnen. Erstens, ich möchte sagen, ein großes Respekt für unsere Team. Ich bin heute so glücklich, weil es eine große Herausforderung für uns gegen Slowenien war. Es ist ein sehr, sehr guter Team und jeder Spieler spielt in einem großen Klub in Europa. Für uns, für ein junger Team, ich kann sagen, ein junger Team, weil wir starten mit einem neuen Team entwickeln. Und für uns war es eine große Herausforderung. Und wir sind sehr glücklich mit dieser Herausforderung. Sorry. Eine Frage? Steve? Ja? Ich habe nicht richtig verstanden die Frage, aber es geht sicher um unsere Platzierung. Wir haben jetzt drei Punkte in unserer Gruppe. Morgen steht auch ein schwieriges Spiel für uns, besonders oder übermorgen. Das wird nicht einfach im Spiel, besonders jetzt nach diesem Sieg gegen Slowenien. Weil, muss jeder verstehen, dass meine Mannschaft heute auf die Grenze gegangen ist. Alles gegeben. Und jetzt ist die Frage, in zwei Tagen können wir zurückkommen und wieder mit dieser Leistung antreten gegen Korea. Aber wir haben eine riesige Chance, wir erst nach Kairo zu gehen. Und das werden wir alles tun, um das zu machen. Ich habe mich nicht viel mit Korea beschäftigt. Ich habe Korea gesehen, zum Beispiel in der besten Besetzung. Ich habe eine Mannschaft gesehen, welche in der Finale Asiameisterschaft gespielt hat. Und das werde ich auch das Mannschaft zeichnen. Und sicher nicht dieses Spiel gegen Slowenien, wo sie mit 30 Toren verloren haben. Deswegen habe ich gesagt, meine Mannschaft hat heute 60 Minuten gekämpft und sie ist ziemlich platt. Und die Frage ist, wie in zwei Tagen das aussehen, gegen so eine wilde Deckung, was sie spielen. 3-3 Offensiv. Das ist nicht einfach zu spielen. Viel Bewegung muss kommen. Und das ist sicher nicht einfach zu spielen für uns. Wir sehen 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 uns. Das ist sehr schwer für den nächsten Schritt. Der nächste Runde. Ich denke, es wird schwer für den Schweden. und gegen die Hälfte von Ägypten. Denn die Ägypten ist sehr jung und sehr guter Spieler und guter Trainer. Es wird so schwer. Vielen Dank. 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 Good morning. The match today. I am not satisfied. Of course, we lost a game. I have to say also that Russia were better than we. They played better. They had greater will. They have had a great goalkeeper and so on. So they deserve to win. But we have the luck that we can in two days play once more and play better. I want to see the team to play better than we did today. Because it's important that we stick together in this moment and we want to show that we can play better than we can in the next game. Good evening, first of all. And like Ljubo already told, they play better. They play perfectly in defense. And they had a good goalkeeper. And of course, we have to get up so quick. And after two days, we have the new match and we have to win. Of course, it's always hard when you lose. But this is sport and we have to do better in the next match. I mean, we got some easy goals directly actually in the second half. That made them go away with a couple of goals. And we tried to, of course, talk about the things in the halftime. But we wanted to do more. I was really not satisfied that we didn't make so many fouls. I really wanted to make more fouls. And we didn't get them. Then I changed the defense to be more aggressive in the defense to get more easier goals. But it's also, you know, when you always chase, it's difficult. We do have one goal, two goals, three goals. We worked a couple of times, had the chance to get to three goals down. But then we didn't score the goal and they were four and five. So it was also difficult mentally. But we have to play better defense.